Seit einer ganzen Weile ist der Klimawandel und die damit verbundenen Folgen eine große weltweite Debatte. Und gerade in Deutschland führen wir diese Debatte besonders intensiv und wir haben beschlossen, das weltweite Klima zu retten. Daher machen wir zum Beispiel die Energiewende, die jetzt aufgrund des Gasmangels grandios scheitern wird. Und daher haben wir unter anderem auch eine CO2-Steuer eingeführt, weil natürlich das CO2 an der deutschen Grenze aufhört. Außerdem stampfen wir natürlich im Namen des Klimaschutzes auch alle unsere Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke ein. Nur, dass wir dann sehen können, direkt in unseren Nachbarländern oder in China werden viele neue Atom- und Kohlekraftwerke hochgezogen. Aber ich will heute nicht generell über die Klimadebatte reden, sondern einfach über einen Nebeneffekt, der erstens asozial und zweitens extrem gefährlich für uns als Gesellschaft und auch für alle eigenen Bürger ist. Und zwar rede ich von den sogenannten Klima-Idioten, Klimaschützern, die für ihre Ideologie Straftaten begehen. Und wäre das Ganze nicht schon schlimm genug, sind das auch noch genau die Menschen, für die wir als Steuerzahler aufkommen müssen. Und ich habe heute eine Nachricht der Berliner Zeitung gelesen. Und als ich das gelesen bin, bin ich echt wütend geworden. Und das kann ich euch echt nicht vorenthalten. Und zwar hat die Berliner Zeitung einen Artikel geschrieben. Und zwar geht es dort um einen Klimaaktivisten Jens V., 37 Jahre alt, ist mehrfach angeklagt für das Festkleben auf der Straße und Blockieren des Verkehrs. Also diese Typen, die kleben sich ja selber auf die Fahrbahn, können dort selber nicht weg. Die Fahrzeuge können dann nicht durchfahren und die müssen dann voller Polizei entfernt werden. Und dieser Jens, der stand halt am Montag vom Amtsgericht in Tiergarten. Und das heißt, Jens kommt aus einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen und er sagt, er ist dauerhaft erwerbsunfähig. Er lebt also von der Grundsicherung. Okay, also das ist richtig verstanden. Also der Typ ist 37 Jahre alt, dauerhaft erwerbsunfähig, bekommt also Geld vom Staat, also auch von uns Steuern zahlen, kann sich aber ohne Probleme auf der Straße festkleben. Also sag mal, hackt's oder was? Wahrscheinlich ist die Pfeife deswegen dauerhaft erwerbsunfähig, weil er einfach einen riesen Dachschaden hat und den niemand einstellen will. Nicht auszudenken, wenn er vielleicht einen Job bei Volkswagen bekommt, sich dann auf dem Band festklebt, weil er für irgendwelche Gender-Toiletten demonstrieren will. Sowas kriegt man echt auf. Aber zurück zum Thema. Der ist angeklagt erstens wegen der Strafsache am 4. Juli. Da hat er die Straße blockiert in Berlin-Wedding. Dann gab es einen langen Stau. Und dann nochmal am 21. Juli, also knapp zwei, drei Wochen später in Charlottenburg, nochmal genau das Gleiche. Und was sagt der Typ dazu? Dieser Blockade-Tourist sagt, ja, die Anklagen treffen zu. Ich tat es aber nicht, um Menschenleben zu schaden, sondern um aufzurütteln in der Klimakrise. Und eher gehe ich ins Gefängnis, als aufzugeben. Ich werde auch diese Woche wieder an solchen Aktionen teilnehmen. Also krass, ja. Das Urteil, zweifache Nötigung, zweifache Widerstand, macht zusammen 600 Euro. Und die Richterin sagt noch, ich habe auch schon das nächste Strafverfahren gegen sie auf den Tisch und der Angeklagte liegt. Also diese Typen, die haben dort stundenlang den Verkehr behindert. Die ganzen Leute kommen nicht durch, die können nicht zur Arbeit fahren. Ja, und selbst bei dem ersten Protest, wo er war, haben die auch einen Rettungswagen blockiert. Ja, dieser Rettungswagen, der musste am 4. Juli einen Notfalleinsatz abbrechen, weil die nicht durchgekommen sind, weil sich diese Spinner dort auf der Fahrbahn festgelegt haben. Und das, meine Lieben, das ist der springende Punkt, wo mir jedes Verständnis verloren geht und wo ich solche Leute am liebsten in die Wüste oder ins Arbeitslager schicken würde. Ich meine, wegen diesen Spacken musste ein Notfalleinsatz abgebrochen werden. Ich meine, was ist denn ein medizinischer Notfall? Definition sagt, der medizinische Notfall ist ein plötzlich eintretendes Ereignis, das eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit des Patienten bedeutet. Die vitalen Funktionen sind durch Verletzungen oder akute Erkrankungen gestört oder ausgefallen. Das heißt, da stehen also Menschenleben auf dem Spiel und diesen Klimaschützern ist es egal. Ihr Protest ist ihnen einfach wichtiger. Die gehen also wirklich sprichwörtig mit ihrem Protest über Leichen. Und wie gesagt noch, die kriegen Hartz IV, also wir bezahlen die sogar noch dafür, dass wir das machen. Und das ist für mich das Letzte, das ist eine Perversion und Ausnutzung unseres Sozialstaates. Ich meine, die Leute, die erfreuen sich aller unserer Solidarität, indem wir die Lebensfinanzieren, weil sie erwerbsunfähig sind, die fordern von uns sogar nach Solidarität für ihre Proteste ein. Und dann begehen die solche Straftaten und nehmen sogar Menschenleben in Kauf. Und dann lügen sie den Richter vor Gericht sogar nach dreist an. Der Typ sagt ja, ich tat es aber nicht, um Menschenleben zu schaden. Aber dieser Vollhorst hat nachweislich Menschenleben gefährdet. Und der wird das ja auch mitbekommen haben und sagt dann, ja, aber ich würde das wieder tun. Also solche Leute gehören sofort weggesperrt und Zwangsarbeit verordnet. Also das kenne ich gar nicht. Und dann gab es noch eine zweite ähnliche Nachricht letzte Woche. Und zwar ging es dann um den Porsche-Pavillon im VW-Berg. Weil dort gab es nämlich einen zweiten Protest. Und dort haben sich mehrere Aktivisten im Porsche-Pavillon in der Autostadt Wolfsburg auf dem Boden festgeklebt und mussten dann dort bleiben. Und VW hatte die Proteste dann halt mehrfach aufgefordert, den Protest zu beenden und das Gelände zu verlassen. Aber die haben sich einfach geweigert, weil die mit dem VW-Chef persönlich dann sprechen wollten. Und erst am übernächsten Morgen, also Freitag, hat die Polizei die Aktion dann beendet, weil dann die Protestler an ihre körperlichen Grenzen kamen. Einer musste sogar zwischendurch wegen einem medizinischen Notfall evakuiert werden. Grimalder erklärte weiter, er wolle nicht sein Leben aufs Spiel setzen und müsse sich deshalb vom Boden lösen lassen und ins Krankenhaus. Am Freitagmorgen räumte die Polizei schließlich den Porsche-Pavillon, wie die Autostadt in einer Pressemitteilung erklärte. Nach 24 Stunden, wie gesagt, und zwei Nächten wurden die dann quasi von der Polizei entfernt und verhaftet. Und im Nachgang, und jetzt kommt's, haben sich die Protestler dann über Schikane beschwert. Ihnen wurde keine Schüssel zum Pinkeln gegeben, Ihnen wurde kein Essen gegeben. Es wurde das Licht abgestellt, es wurde die Heizung abgestellt. Und das kann doch nicht sein, das ist doch menschenunwürdig. Auf Twitter teilte Grimalder mit, dass Volkswagen das Recht auf Protest unterstütze. Jedoch weigerten sie sich, einen Topf für die Notdurf bereitzustellen. Zudem hätte VW die Heizung runtergedreht. Weiter beklagt er sich, dass Aktivisten, die nicht im Hungerstreik seien, nicht das Essen ihrer Wahl bestellen könnten. Sie müssten sich damit begnügen, was Volkswagen Ihnen zur Verfügung stelle. Also wenn ich sowas lese, dann muss ich echt überlegen, wie blöd und offensichtlich degeneriert solche Leute sind. Die Leute begehen Hausfriedensbruch und beschweren sich dann, dass man sie nicht hoffiert und ihren Protest auch noch angenehm hat. Also wer hat diesen Leuten ins Gehirn geschissen? Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, Klimaschutz und Proteste in allen Ehren, aber doch bitte dann auf öffentlichen Straßen, ohne die Einschränkung der Freiheit von anderen Menschen und ohne die Gefährdung von anderen Menschenleben. Na klar, warum mache ich jetzt überhaupt ein Video zu diesem Thema? Weil mir ist es ja auch wichtig, dass die Leute protestieren, dass sie demonstrieren. Weil aktuell haben wir so viele Probleme in Deutschland. Die Energiekrise, kein Gas, wir können nicht heizen, Strom wird zu teuer, keine Lebensmittel, tanken wird schwierig und so weiter. Wir haben so viele Probleme, wir müssen dagegen demonstrieren. Das ist unglaublich wichtig. Deswegen rufe ich ja auch immer zum Protest auf. Hier auch in meinen Videos. Und Protest ist auch extrem wichtig. Aber im Gegensatz zu denen mache ich das hier auf meinem YouTube-Kanal. Komplett legal und natürlich auch viel mehr zielführend. Weil eins ist auch klar, wenn ich nämlich für den Klimaschutz draußen auf der Straße klebe, protestiere und mich festsetze und dann Menschenleben damit gefährde, dann erreiche ich damit doch genau das Gegenteil. Erstens viel weniger Akzeptanz für meine Proteste und im Umkehrschutz auch für den Klimaschutz. Und demzufolge, wenn ihr protestiert, wenn ihr demonstriert, dann macht das bitte auf logalen Wege. Ansonsten werden wir unser Ziel nicht erreichen. Dankeschön.